Willkommen zu meinem neuen Video. Heute spiele ich mal wieder RIDER und ihr seht, ich habe gerade den Punkt bekommen. Wir werden auf jeden Fall versuchen, meinen neuen Rekord aufzustellen. Ich werde 10 Folgen RIDER machen. Wenn ich es nicht schaffe, dann dürft ihr mir eine Bestrafung aufbieten. Wenn ich es nicht schaffe. Es wird echt richtig schwierig, das zu schaffen. So, na klar, das ist sowieso. Und das war knapp. Dann... Oh, fehlt also das knapp. Das war's. Der neue Verduch, ich hab auf Wiederbelegen gedrückt. Oh shit. Das ist ja fast eigentlich unmöglich, durchzukommen, Digga. Okay, das ist ja fast eigentlich. Ja, ja, ja. Oh, 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 oh.